Der dritte Teil ist jetzt Kräutertee, das Wasser brummt schon, das wird jetzt auch gemacht. Kräutertee kommt hier rein, dann nehmen wir diese Kräutertee hier, von allen Natura. Ein Götelchen, ja, da ist ein Teethilter zu tun. Next, okay. 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 Vielen Dank. Ja, das sollte reichen zum durchziehen. Darauf gibt es dann gleich den Spiruliner. Ja, okay, machen wir erstmal Schluss. So, jetzt wollen wir mal den Spiruliner drin machen. Ich hatte ja schon den Tee heute Morgen aufgesetzt, den Kräutertee. Den schütte ich jetzt mal in den Mixerbehälter um, in den Mixerbehälter. So, und dann kommt hier ein Löffel, wie wir hier haben, Tablespoon, ein halber. Dann kommt ein halber Tablespoon dazu. Und wo wir dann gerade wieder dabei sind, werden wir dann auch noch Endolin dazu tun. Ein halber, okay, das sollte jetzt reichen. Und einmal abschütten. Ja, noch warm, aber kümper. Und durch den Süßstoff natürlich verfälscht. Ja, gut, das war's.